Willkommen zu diesem Meditationshörbuch, das dir dabei helfen wird, innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden. In den kommenden Minuten wirst du angeleitet, dich in einen Zustand der Entspannung zu begeben und deine Gedanken zu beruhigen. Nimm dir diese Zeit, um bewusst in deine eigene Mitte zu gelangen und diesen Moment vollständig zu erleben. Lass dich von der folgenden Meditation inspirieren, um mehr Klarheit, Frieden und Harmonie in dein Leben zu bringen. Heute geht es um Gelassenheit durch Augenentspannung. Finde eine bequeme Sitzposition und schließe sanft deine Augenlider. Erlaube deinen Augen, sich zu entspannen und den Druck des Tages loszulassen. Spüre, wie sich deine Augenmuskeln lockern und jegliche Anspannung allmählich nachlässt. Visualisiere vor deinem inneren Auge einen Ort der Ruhe und Gelassenheit. Vielleicht ist es ein stiller Wald, eine sanfte Meeresküste oder ein ruhiger Garten. Stelle dir vor, wie du an diesem Ort bist, umgeben von Frieden und Harmonie. Nimm dir einen Moment Zeit, um bewusst auf deine Atmung zu achten. Atme tief ein durch die Nase und dann wieder aus durch den leicht geöffneten Mund. Mit jedem Atemzug spürst du, wie sich deine gesamte Körpermuskulatur entspannt und sich ein Gefühl von Leichtigkeit ausbreitet. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Augen. Fühle die angenehme Wärme, die von deinen geschlossenen Augenlidern ausgeht. Lasse jegliche Anstrengung oder Belastung in diesem Moment los. Jetzt. Deine Augen dürfen sich vollständig erholen und regenerieren. Stell dir vor, wie sich ein sanftes Licht über deine geschlossenen Augen legt. Dieses Licht bringt Heilung und Entspannung für deine Augen. Spüre, wie es jede Zelle in deinen Augen mit neuer Energie und Frische erfüllt. Genieße diesen Moment der Augen Entspannung und erlaube dir vollständig im Hier und Jetzt zu sein. Lasse jegliche Sorgen und Gedanken los und tauche ein in die Stille und Ruhe deines inneren Seins. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zähne Untertitelung des ZDF, 2020